Willkommen zu einer neuen Aufnahme-Session von Might & Magic 7. Ich war ein bisschen unzufrieden mit dem, was ich eben fabriziert habe, aber ich habe jetzt gesehen, dass das doch das Schlauste war. Ich bin jetzt einfach vom Toleranischen Forest hier nach Harvendale gereist und verkaufe da die Sachen, die wir im Inventar mit uns herumschleppen. Die hatte ich nämlich schon sortiert. Das waren hier die zwei Sachen und die anderen zwei Sachen und wir werden uns jetzt in Richtung Tal der Hügelgräber begeben. So, ähm, die zwei Sachen verkaufen wir. Wir können ja mal gucken, was der anbietet, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas für uns dabei sein wird. Sieht ja nicht so aus. Ähm, ich wollte jetzt aber eine Sache noch machen. Das ist mir nämlich eben auch entfallen. Ich bin einfach ins Tal der Hügelgräber, ähm, laufen. Ich, ähm, könnte mir jetzt hier Feuerball holen und mir damit einiges vereinfachen. Feuerball, da ist es. Ähm, ja, 1300, aber egal. Hauptsache, ich habe den jetzt. Und, ähm, dann müsste sie den ja jetzt auch einsetzen können. Zauberperfekt. Ah, wunderbar. Ähm, damit können wir nämlich so kleinere Gegnermassen dann schon mal so ein bisschen den Garaus machen. Ähm, Adeptengilde der Seele. Ich speichere mal, wo ich da reingehe. Fluch entfernen. Bewahrung. Bewahrung. Ja, ich mache diesen schönen, äh, Speichernladezauber. Willkommen in der Gilde der Seele. Ähm. Heldentum. Fluch entfernen. Bewahrung Fluch entfernen. Ähm, ja, wir haben sehr wenig Geld, deswegen weiß ich das nicht, ob ich das will. Ähm, Wasser wandeln wäre noch ganz nett, weil ich glaube, wir müssen da auch mal so einen Fluss überqueren. Ähm. Willkommen in der Gilde des Wassers. Ach Gott. Initietengilde. Das ist, glaube ich, nur eine, wo es, ähm, nur Stufe 1 Sachen gibt, oder? War das so? Ja, ich kann mir das auch nicht alles merken. Das sind so viele Details. Ähm, jammer, jammer. Ja, waren nur Anfangssachen. Ähm, Luft könnte ich jetzt noch gucken, aber ich glaube, das war auch nichts. Willkommen in der Körpergilde. Ach so, Körper. Gift heilen, Regeneration, Gift heilen, Regeneration. Ähm, sind wir eigentlich schon? Ja, sind wir, ne? Ähm. Oh, kostet uns fast unser ganzes Geld. Gift heilen hätten wir auch, kostet uns zu viel. Ähm, ich nehme mir mal Regeneration mit, als Unterstützung für die Heilerin, dass wir, ähm, nicht immer nur heilen, sondern vielleicht auch einfach mal Regeneration zaubern können. Ähm. Ähm, auch wenn wir jetzt ziemlich blank sind, wir reisen ja eh zu Fuß und können da ja wieder Geld machen. Oh ja, guck mal, da. Da ist ja noch ein Apfelbaum. So, sieh mal einer an, was wir da so alles noch finden. Ich werde jetzt hier über die Hügel klettern. Ich bin letztes Mal außen rumgelaufen, aber das war auch doof. Ich kann ja eigentlich ja im Moment mal über die Hügel gehen. Ja, ich, äh, habe auch einen Ehrgeiz. Auch wenn ich mich manchmal schon doof genug anstelle, habe ich Ehrgeiz. Ich habe auch in der letzten Aufnahme, das waren 20 Minuten, die ich jetzt neu mache, ähm, habe ich auch gesagt, ähm, dass ich weiß, dass die Story hier weitergeht, aber die ich jetzt momentan noch nicht machen möchte. Und, ähm, gar nicht mehr weiß, was da genau los war. Irgendwas wird blockiert und irgendwas wird in den Feuern und bla, bla, bla. Ähm, ja. Wir werden jetzt in die Hügelgräber gehen. Ich muss euch sagen, normal meide ich sowas ja immer und gehe da als allerletztes hin. Und ich hatte überlegt, erstmal unsere Leute im Lernen auszubilden, aber dann ist mir ja aufgefallen, das kostet doch 2000 Gold und so viel Gold habe ich gar nicht, hä? Ähm, das heißt, ähm, das machen wir, wenn wir so viel Geld haben. So, meine Maus spinnt schon wieder, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe schon, vielleicht muss ich sie dann nochmal neu einstecken. Spiel speichern, speichern und dann geht's jetzt los. Ähm, hier, magisches Auge. Ja, ich glaube, ich stecke mal kurz aus, eine Minute. So, jetzt bin ich wieder da, ähm, habe es umgesteckt und ich hoffe, dass es jetzt wieder besser klappt. Ja, das ist doch was ganz anderes. Habt ihr gesehen, wie das eben geruckelt hat? Fragt mich nicht, woher das kommt, aber das ist ja schon wieder besser. Ähm, gut, ähm, wir sehen auf der Karte, wo was zum Einsammeln ist und hier sind erstmal ein paar Häuser. Wir können ja erstmal zu den Häusern gehen. Wenn ich rote Punkte auftun, dann müssen wir die natürlich erstmal besiegen. Das Teil der Hügelgräber ist kein Platz für ein längeres Verweilen. Ich werde nach Steinschatt zurückkehren, wenn es hier zu schlimm wird. Neitentunnel. Wenn ihr es schnell durch die Tunnel nach Neiten schaffen wollt, solltet ihr die linke Abzeuge im Neitentunnel nehmen. Viele haben den rechten Pfad genommen und man hat nie wieder etwas von ihnen gehört. Aber vielleicht haben sie es bis nach Neiten geschafft und wurden dann da von den Hexern gefangen genommen. Medusen. Es gibt eine Medusenbrut, die sich in den roten Zwergenminen eingenistet hat und gegen Magie immun ist. Diese Monster sind wirklich grauenhaft. Ich kann nur den Göttern danken, dass diese Wesen die Minen nicht verlassen haben. Was sollen wir denn tun, wenn wir mit sie unseren Stäben zu Tode knüppeln? Ja, das ist halt die Frage, was man damit machen sollte. Okay, meine Tastatur hat gerade gesponnen. Die geht ja auch über Funk. Ähm, Handel. Viele Hände aus ganz Enmo heuern Reisende an, um ihre Güter transportieren zu lassen. Wenn ihr je etwas zusätzliches Geld braucht, versucht einen App dieser Hände zu finden und für ihn eine Lieferung zu machen. Kopfgeld. Ähm, das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Und hier ist die Taverne. Hier können wir halt auch, ähm, wieder Auric Mage spielen. Und ich sehe schon rote Punkte auf der Karte. Was kann ich euch bringen? Ähm. Hey, was können wir noch lernen bei ihm? Sechster Sinn. Schön. So, ähm, wir spielen bei ihm Auric Mage. Siegesbedingungen wären... 20er Turm und 50er Mauer. Ja. Ein Turm von 100 und eine Ressource von 300. Ja, wenn eine 50er Mauer ist, sollten wir unseren Turm hochbauen. Oder halt das auf Ressource machen. Ein Turm, weiterer Zug. Ähm. So, da klauen wir uns ein paar Juwelen. Magie aller Spieler, höchster Wert. Der hat auch nicht mehr Magie. Minus ein Magieturm des Gegners nimmt 9 Schaden. Ähm, ja, wir können ja nicht weniger als eine Magie haben. Deswegen können wir uns ja ruhig einsetzen. Ähm, plus 4 Mauer, plus ein Steinbruch. Okay, der Gegner legt eine Karte ab. Plus 6 Mauer machen wir mal. Okay, wenn ich sehe hier 7 Bestarium, boah. Ähm, Turm des Gegners nimmt 5 Schaden, 5 Kreaturen, Abzug für den Gegner. Das machen wir doch gerne. Ähm, Magie gleich aller Spieler, hilft uns immer noch nicht. Ähm, plus 8 Turm. So. 6 Juwelen, Abzug. Wir haben eh nur 2 Juwelen, das macht uns nicht viel. 3 Mauer. Wir müssen mal Turm des Gegners mit viel Schaden. Mal hier auch unsere, ähm, Ressourcen hoch machen. Plus 3 Kreaturen, plus ein Pystarium für alle. Äh. Wir müssen den Pystarium klauen. Turm des Gegners sind 3 Schaden. Plus eine Magie, das ist schon mal was. Ähm, plus 8 Turm. Oh je, der hat Ressourcen. 70 Pystarium. Hier, Gegner nützt 20 Schaden, 1 Pystarium für Gegner. Was? Ah, okay, Minus. Ich wollte gerade sagen, jetzt noch 1 bekommen, dann ist es doof. Aber wir laufen ganz gut hier mit dem, ähm, Turmclanner machen. Ähm, Magie an der Spieler, das, das würde ich ja gerne mal ablegen. So, ähm. Gegner nimmt Schaden. Auf Pystarium machen wir das mal. Ähm. Wenn unser Steinbruch kleiner ist als das von Gegner. Aha, okay, jetzt haben wir plus 2. Ähm, plus 1 Magie, das hört sich doch gut an. Ähm. Plus 6 Mauer. Plus 4 Mauer. Plus 12 Mauer. Gegner nimmt 2 Schaden. Sehr süß. Und, ähm, ja, einsetzen. Und wir haben plus 11 Turm. Ah, plus 2 Pystarium. Oh ja, da müssen wir aufpassen. Der hat schon 144. Ähm, Steinbruch. Oh Gott. E9, 6 Schaden. Turmes Gegner sind 4 Schaden. Das ist gut. Ähm. Plus 5 Turm. Ah, ich weiß gar nicht, wie wir den jetzt noch kriegen sollen. Geformtes Gegner nimmt 2 Schaden. Steinbruch rüber. Ähm. Gegner nimmt Schaden. Boah, was hat der für eine fette Mauer? Wir brauchen Karten. Minus Steinbruch jedes Spielers. Wir brauchen irgendwie Karten, wo wir hinter die Mauer klatschen können. Oh oh. Das wird knapp. So, Turmes Gegner ist mit 2 Schaden. Das ist doch gut. Ähm. Plus 2 Magie. Ja, das könnte uns auch helfen, weil wir hier viele Magiekarten haben. Plus 20 Mauer. Plus 8 Turm. Noch 10 Züge und er hat gewonnen. Turmes Gegner ist mit 1 Schaden. Ein weiterer Zug. Plus 1 Turm. Ein weiterer Zug. Turmes Gegner ist mit 3 Schaden. Ja. Wir müssen nur 30 Turm schaffen, bevor der fertig ist. Plus 5 Turm, plus 1 Magie. Plus 8 Turm, plus 1 Bistarium. Äh. Plus 10 Turm. Kostet 15. Äh, vielleicht machen wir erstmal das. Knapp. Ähm. Ich seh's schon. Mit dem 20 Turm würden wir fast gewinnen. Das hätten wir nächste Runde. Aber dann müssten wir nochmal auf was warten. Machen wir das erstmal. So. Plus 20 Turm. Jetzt fehlen nur noch 5. So. Plus 2 Turm. Darmbruch. Und geschafft. Ha. 1800 Gold gewonnen. Puh. Das war aber ein knappes Spiel. Das war ein sehr knapper Sieg. Aber wir haben's geschafft. So. Ähm. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass meine... Tastatur spinnt. Hm. Warum spinnt hier immer alles? Ja. Ich strebe mich im Zeitraffer. Hab's das Ding reagiert noch auf, äh... Auf Enter. Ist die Batterie leer oder was? War so viele Pannen hier. so rechts und links und geradeaus. Ja, jetzt reagiert das doch richtig. Komisch. So. Und dann machen wir den Viechern mal den Gar aus. Letztes Mal war noch ein Schatten dabei, als ich hier war. Diesmal anscheinend nicht. Das tut ganz gut. Ich hasse die Viecher. Ich weiß auch nicht wieder, ob die älteren können oder nicht älteren können. Keine Ahnung. Ich mag's einfach nicht. So. Dann sammeln wir hier die Sachen ein. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob hier oben schon ein Eingang zu dem Tal der Hügelgräber ist. Die Leute, die das jetzt noch nicht kennen. Ähm. Das Tal der Hügelgräber besteht aus verschiedenen Punkten, wo man reingehen kann. Man kann sich dann da drin hin und her teleportieren lassen. Und, ähm... Ja, wir stoßen halt die ganze Zeit auf diese Schatten und Geister und, ähm... Später auf so Mini-Goblins, die Feuer sparen können, wie ich das euch halt gesagt habe. Wie in diesem einen, ähm... Labor, wo wir drin waren. So. So. Ja, wir töten die schon ganz gut. So. Hallo. Ach, ach so. Ich hab die schon eingesammelt. So. Da kommen dann noch welche auf uns zu. Da ist jetzt auch mal ein Schatten dabei. Das ist das Schwarze in der Mitte. Ich kann euch hier aber zeigen, wie die aussehen. Ähm... Das ist ein Schatten und das ist eine Erscheinung. Ähm... Eben hatte ich... Genau, mit ihr kann ich auch sehen, wie viele Lebenspunkte die haben. So. So. Feuer mal. Auf einen. Komm. Ja. Toll. Das ist ja immer das, was ich liebe. Ach stimmt, ich könnte ja mal Feuerball einsetzen. Ich spüre fast gar nichts. So. Ja komm, fall doch endlich um. Aha. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal, ob es uns irgendwas getan hat. Ähm... Ich weiß halt nicht. Ich bin halt paranoidisch. Und wenn ihr irgendwelche komischen Geräusche hört, das sind draußen die Bauarbeiter. So. Ähm... Die reißen immer noch die Straße auf. Wir gucken mal. Wir hatten ja hier eine Karte irgendwo. Warten wir nochmal. Das war die Historie. Hier ist die Karte. Ähm... Ach Gott, wo ist denn Steinstadt nochmal? Ähm... Naja, wir müssen ja sowieso das ganze Gebiet erkunden. Irgendwann stoßen wir schon auf Steinstadt. Ähm... Ich glaube, wir mussten auch über diese Dinger gehen. Äh... Ja, wir gehen jetzt einfach mal nach links. Ähm... Ich sammle noch die Sachen auf, die hier rumliegen. Da liegt nämlich Geld rum. Vielleicht hat irgendein Geist das Viecher schon erschlagen. Und dann blieb das hier übrig. Ähm... Einer hat ja in Mindmagic-Form auch schon geantwortet auf meine vorletzte Folge oder letzte Folge. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die schneide. Oh, nee, hier wollen wir nicht weg. Ähm... Und meinte, er spielt nicht so Sims, wie ich Sims spiele. Ähm... Ja, also ich habe... Äh... In Sims jetzt das erste Mal in den neuen Folgen mal ausprobiert, diese neuen Funktionen. Das hatte ich aber eigentlich auch gesagt, dass das mal eine neue Funktion ist. Und ich die einfach mal ausprobieren wollte. Und ich baue mir halt normalerweise auch so meine Häuser selber. Und, ähm... Ich weiß ja nicht, ob einer von euch Interesse hat, aber... Weil ich kenne ja, ähm... Jemand... Von euch jemanden, der Interesse daran haben könnte, ähm... Ich mache einen Sims 3 Adventskalender jetzt im, ähm... Dezember. Und, ähm... Würde mich halt freuen, wenn da... Viele Leute, ähm... Die Sachen dann auch runterladen würden. Und sich daran erfreuen würden. Weil es ist natürlich viel Arbeit, die ganzen Sachen da zu erstellen. Ähm... Was ist das denn? Ah ja, das ist so ein Viech, was ich gesagt habe. Das ist so ein, ähm... Ein Gogling. Die können halt mit Feuer schießen. Wie man gerade schon erfolgreich sieht. So. Und sind halt noch nicht so lustig für uns. Ja, komm. Fall um. So viele Lebenspunkte hast du doch gar nicht. So, halten wir mal. Okay, geschafft. Ähm... Da vorne sind auf jeden Fall noch wieder Geister. Und hier sind Sachen zum Einsammeln. Ähm... Und es sieht ja auch aus, ob es da oben mal in den Stadehügelgräber gibt. Das ist ein sehr verwurrenes System. Da hat man ganz, ganz viele Teleporter. Wo man sich, ähm... Ja, durchbewegen muss. Und, ähm... Ja, da werde ich mich bestimmt auch nochmal drin verlaufen. So, dann erledigen wir mal die Geister, ähm... Wenn die nah beieinander sind. Natürlich sind sie das nicht. Wie... Konnte ich sowas auch erwarten? Ähm... Wir können jetzt einfach mal versuchen. Mit dem Feuerball. Das ist ja eine neue Attacke. Okay. Ach, Gott. So, ich wollte euch, ähm... Zeigen, was da drin ist. Und, ähm... Ja, gut, okay. Wollen wir das wirklich? Wollen wir das wirklich? Genau. Also jetzt haben wir hier erstmal, äh... Zwerge. Oh, ja. Und da unten sind, ähm... Hexer und, ähm... Goblings. Und, ähm... Hier können wir halt später dann auch auf die, ähm... Dings stoßen. Auf die, ähm... Anderen Viecher. Wie geht der denn da rum? 780... 9000... Noch was. Ah. So. Helfen wir den Hexern mal ein bisschen. So. Ja, ich dachte eigentlich, dass hier schon richtig fette Viecher hinter sind, aber... Gut, das kommt, glaube ich, erst später. Oh. Ja. So. Wir sollten nicht im Weg stehen. Ja, hier sind halt noch mehr von diesen unangenehmen Viechern. Aber wir erledigen sie ganz gut. Oder sie erledigen uns ganz gut. Ihr seht, das läuft nicht so toll. Ähm... Das heißt, ähm... Das sollten wir nicht machen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal... Hier weitergehen... Hier weitergehen... Und von einer Hiesing Horde... Soll mich das jetzt beeindruckt? ...Piecher erschlagen. So. Mit denen haben wir ja schon genug zu tun. Die sind ja schon hart genug für uns. Wie gesagt, wir suchen halt... ...nur genügend Geld. Und dann, ähm... Wenn wir nach Bracada Desert gehen und, ähm... Und uns im Lernen weiterbilden und... Vielleicht nehme ich mir dann auch, ähm... So eine, die uns mehr Geld gibt, mit... Oder vielleicht extrem auf... Handeln gehen. Damit wir es ein bisschen einfacher haben. Und wir nicht so ewig an allen Sachen hängen. Weil im Let's Play will man sich ja schon ein bisschen beeilen. So, ähm... Hier ist noch so ein Tunnel. Manchmal ist genau hier auch so Erz am... Am hinten. Am Ende des Tunnels. Und da weiß man halt nie, ob das klappt. Oder ob das wieder fehlschlägt. So. Die sehen immer noch so grün und blau aus. Müssen unbedingt... ...die Waldmache hier hingehen. So, ähm... Ich glaube auch, dass das diese Einsturzstelle war, wo wir hin sollen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier die Viecher töten... ...haben wir, glaube ich, noch nicht die Aufgabe gelöst. Ich weiß es nicht genau. Wir können es ja einfach mal versuchen. So, grün. Augenamulett. Hörnerhelm. So. Dann werden wir hier einmal durch. Und, ähm... ...können wir jetzt hier weitergehen. Hier ist noch eine Kiste. Die tut uns nix mehr. So. Ja, ich denke mal schon, dass wir ein... ...gutes Taschengeld zusammen kriegen, wenn wir hier... ...durch sind. So. Achso, kann das sein, dass das, ähm... ...wir jetzt gerade in Richtung Ausgang laufen? Die tut uns nix mehr. So. Könnte nützlich sein. Heilen. Jetzt müssen wir wohl etwas los, wenn wir nützlich sein. Und da sind wir voll. Ja gut, okay. Ich renne jetzt erst mal hier in die Richtung. Machen wir das jetzt gerade noch fertig. Okay. Und dann in die andere Richtung. Und da kommt eine Horde auf uns zu. Wo kommt sie? Da, irgendwo um die Ecke. Da sind sie. Und eine Königin. Na, klasse. Okay, jetzt ist auch noch die Letzte vergiftet. Aber, naja. Wir können uns draußen ja wieder heilen lassen. Ouch. Ich denke, das ist halt eine gute Sache, wenn wir... ...den dann austauschen gegen einen, der, ähm... ...uns mehr Geld beschafft. Weil ich finde doch, dass wir sehr in Geldnöten sind. Aber das sehen wir halt jetzt später erst. So richtig. Nein. Schnell heilen. Ich habe so das Gefühl, dass sie bei dieser Animation, bei den Viechern irgendwie... ...voll versagt haben. Weil die immer so ultra lahm sind. Ich weiß gar nicht, was uns in den Zwergenminen begegnen wird. Ob das wieder diese Viecher hier sind, oder was das sind. Ähm... Hi, Königin. Okay. Erz. So. Nix. Okay. Ähm... Ja, dann schauen wir mal, ob wir den Auftrag erfüllt haben. Wir können ja auch nochmal hier nachlesen, wie der nochmal war. Ähm... Ah ja, genau. Wir haben auch diese Aufgabe, dass wir alle Geister vernichten sollen. Ähm... Die Laterne sollen wir aus den Hügelgräbern holen. Ah ja, tötet alle Droglythen unter Steinstadt und kehrt dann zu... Ja, okay. Dann haben wir die Aufgabe erledigt. Ähm... Wir haben auch schon 4.000. Das heißt, ich hoffe ja mal, dass wir die letzten, ähm... 2.000, die wir noch brauchen, damit wir alle zum höheren Lernen ausbilden können. Ähm... Jetzt hier noch so erwerben. Ansonsten halt dann in, ähm... Bracada Desert. So. Dann fahren wir mal hoch. Und, ähm... Gucken, ob wir die Aufgabe erledigt haben. Und wir kommen ja auch am Tempel vorbei. Das heißt, wir können uns dann gleich ganz toll heilen gehen. Für viel Geld. Ja, ich will euch nicht umrennen, aber ihr steht im Weg. Ah! Einmal heilen, bitte. Ich wünsche mir eine Geld. So. Danke. Ja, jetzt wieder. Jetzt geht's uns ja besser. Und ich speichere mal wieder. Wer weiß, wann das Spiel das nächste Mal abscheißt. Ach, Leute. Ihr steht alle im Weg. So. Ah ja, genau. Wo war der Typis? Der war hier links rein. Und dann... Ähm... War der da hinten durch? Nein, der war's nicht. Hier war er. Alle weg in den Tunnel nach Neid und zurückgetrieben. Ausgezeichnet. Jetzt können wir sofort mit den Minenarbeiten fortfahren. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Nehmt dies als Belohnung für eure Dienste. Hey, wir haben 6.000. Juhu. Ähm... 5 Uhr am Morgen. Ja, dann warten wir noch. Dann machen die Geschäfte auf. Hallo, wie geht's euch? Wir haben erfolgreich die Nacht durchgemacht. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Ähm... Nichts, was ich jetzt unbedingt haben möchte. Ähm... Ich guck mal gerade. Wenn wir jetzt da nach Bracada müssen, über was wir am besten reisen. Ähm... Ich hab halt jetzt keinen Bock auf die Geister. Die sind... Äh... Ich will erst mal das andere machen. Ähm... Wir gucken. Bracada Desert. Ähm... Da müssen wir hin. Aber wir sind gerade im... Hä? Ja, im Teil der Hügelgräber. Aber das gibt's hier gar nicht. Das ist ja schön. Aber vielleicht... Ja, ich kann hier auch nirgends weg. Ich kann hier wahrscheinlich nur zu Fuß weg. Ähm... Ja, gut. Also werden wir wieder nach Harmondale. Und von Harmondale aus können wir... In den Tulleranischen Forest. In den Tulleranischen Forest. Oder vom Bracada. Können... Äh... Von Arafia können wir nach Bracada. Das heißt, ich denke, wir werden dann nach Arafia reisen. Und dann nach... In die Bracada-Wüste. Ähm... Genau. Weil vom Tulleranischen Forest aus können wir... Mit dem Schiff können wir das machen. Ansonsten mit der Kutsche. Ist das kürzer? Mittwochs und Samstags. Also... Wenn wir das in Bracada machen... Und da wir jetzt eh nach Harmondale müssen... Werde ich mein Kram in Harmondale verkaufen. Weil da kriegen wir auf jeden Fall mehr dafür. Ähm... Äh... Was ist denn da gerade explodiert? Wir können uns hier ein paar Flaschen mitnehmen. Kriege ich die jetzt schon für eins? Was? Nur zwei? Okay. Lol. Okay. Weil wir Alchemie haben... Kriegen wir wahrscheinlich das für weniger. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und... Ähm... Ach Gott. Das geht jetzt schon wieder ab. So. Meine Tastatur braucht glaube ich auch neue Batterien. Ähm... Hier können wir uns ein bisschen die Rüstungen angucken. Wie es hier so gibt. So. Oh. Hallo? Achso. Ich hänge an dem blöden Zwerg fest. So. Der polierte Kessel. Schauen wir mal. Mhm. Äh... Ist aber nicht so toll aus. Habe ich gespeichert gerade? Ich glaube ja, ne? Genau. Können wir mal reingucken. Ob der nicht noch was Besseres für uns hat. Ähm... Dreizehner Schild. Hier haben wir eine... Einen Handschuh. Der... Viel zu überteuert ist. Und einen Helm. Den Helm, den können wir sogar mitnehmen. Der ist... Gar nicht mehr so schlecht. So. Wie viel hat der denn? Der hat acht. Der hat nicht so viel. Dann, ähm... Die besten Rüstungen. Nehmen wir uns den Helm mit. Für... Unsere Zauberin hier. So. Und dann schauen wir uns bei Waffen mal um. Ob wir bei den Waffen was Nettes bekommen. Sucht ihr etwas? Oh. Hier gibt's nur Äxte und Streitkolben. Ah, mein Freund kommt nach Hause. Ich versuch das nochmal. Die besten Rüstungen. Ach, ne. Äh... Habe ich woanders gespeichert? Habe ich woanders gespeichert? Auf zwei. Auf zwei habe ich gespeichert, oder? Sucht ihr etwas? Oh ja. Was ist das denn? Schlachtbeil. Stahlaxt. Das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen Streitkolben. Hallo Schatzi. Machst du Essen? Ich war spritzen. Sucht ihr etwas? Ich hab Hunger, wie Arsch. Ich hab auf dich gewartet. Also ich muss jetzt essen. So, hier haben wir einen Streitkolben. So, ein bisschen warten und wir essen zusammen, okay? Chris, ich hab Hunger. Ich kann nicht warten. Warum willst du warten? Weil ich nämlich so hungrig bin. Ja, aber nicht so lange. Ja. So, mächtiger Kriegs... Bitte? Ich war spritzen, ja. Also hier, Leute, ich geh nicht Drogen spritzen, sondern Hypersensibilisierung. So, ähm, mächt... Was denn? Krieg ich einen Fuß oder was? So. Mächtiger Kriegspflege. Ähm... Nee, machst du das Licht wieder... Ja gut, dann mach die Rolle hin hoch. Draußen ist eh kein schönes Wetter. So. Ähm, ein Streitkolben. Wer hat denn alles Streitkolben? Beide haben Streitkolben. Das heißt, das ist für uns doppelt cool, weil wir haben jetzt für beide was Besseres. Zwei und der ist elf. Boah. Das macht jetzt einen Riesenunterschied. Sechzehn. Boah. Das hat sich ja mal gelohnt, würde ich da mal sagen. Ähm... Wir machen hier mal Platz. Dass wir uns den anderen auch noch kaufen können. Oh, der hat sogar noch eine Eigenschaft. Doppelten Schaden gegen Elfen. Ähm, naja, das brauche ich nicht. So. Danke für eure... Dann, ähm, packen wir den ihr noch ein hier. Und was hat er? Er hat noch schon einen Speer. Der ist auch schon gut. Aber sie hat noch so einen luschigen Stab. Aber ich glaube, das war auch das Einzige, was sie so halbwegs gut, äh, lernen kann. Deswegen hat sie einen Stab. Ähm... Da geht's raus. Wir werden dann wieder den Weg zurückgehen und, ähm, nach Harmondale reisen. Oh ja, wir haben jetzt schon wieder so wenig Geld. Aber ich, ähm, musst du den Kram einfach kaufen. So. Wir gucken mal, ähm, auf die Karte. Wo war die Karte nochmal? Ach, Mensch. Ich bin noch nicht so geübt hier. Das sind Aufträge, das sind Sachen. Da ist die Karte. So, nach oben und dann nach rechts. Müssen wir. Und ansonsten können wir uns hier auf der Straße prügeln. Aber da habe ich halt keinen Bock drauf. Das machen wir natürlich noch, weil ich will halt, ähm, die ganzen Sachen haben. Und wir müssen ja eh nochmal ins Teil der Hügelgräber. Wir müssen aber auch nochmal zurück, um die Aufgabe abzugeben. Und, ähm, wie gesagt, das können wir dann ja alles in einem Rutsch zusammen erleben. Erledigen. So. Wir müssen ja sowieso immer sehr weit reisen in Might & Magic. Das, ähm, gehört aber dazu. Das weite Reisen quer über den Kontinent. Das ist ja noch nicht mehr die Welt. Die Might & Magic Welt besteht ja aus, ähm, mehreren. Also, die ganzen Magic-Teile arbeiten ja so ein bisschen ineinander. Und, ähm, ja, greifen ineinander, spielen halt in der gleichen Welt, aber in verschiedenen Ländern. So, wir wollen nach Harmondale. So, okay. Hat auch geklappt. Dann, ähm, speichern wir jetzt mal und laufen natürlich nach Harmondale. Ja, ich könnte da auch noch die Schleimies in der Dings erledigen, aber da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Ähm, ja, stimmt. Wir haben noch keine wirklich tollen Angriffszauber. Wir können ja mal... Was liegt denn da rum? Oh je. Jetzt hat die Welt sich schon zurückgesetzt. Sind wir schon so lange da dran, oder ist die, ähm, Zurücksitzungsrate schneller? Kann doch gar nicht sein, dass wir schon so lange am Spielen sind, oder? Wir haben den 11. Mai 1168. Ähm. Ich gucke mal gerade. Ähm. Wo ist meine Maus hin? Ah, da. Hallo, Maus. Ich bin doch nicht schon wieder rum. So, da oben gehen wir hin. Ne, wir haben ja immer noch. Januar. Mai. Wir haben gerade mal ein paar Monate rum. Lol. Und jetzt sind dann schon wieder die Gegner hier, oder was? Äh. Ja, scheint so. Hat sie jetzt eine Zurücksetzungsfunktion von zwei Monaten, oder was? 68. Ja, lustig. Lustig. Tralalalala. Ähm. Ich gucke nur danach, ob das jetzt wirklich so ist. Da sind auch alles wieder zurückgesetzt. Hä? Hä? Was soll das denn sein? Hm. Hm. Komisch. Äh, ja, genau. Ich glaube, das hat sich halt schneller wieder regeneriert, oder so. Aber die Gegner sind ja noch nicht wieder da. Gucken wir mal, wenn ich da oben hingehe, ob die Falle wieder da ist. Nö. Und ob man jetzt in der Truhe drin ist. Nö. Ach. Ja, gut. Okay. Dann hat sich das halt irgendwie nur wieder zurückgesetzt. Da ist eine Reagenz hier. Wir laufen halt hier rum jetzt. Wir könnten ja auch bald mal fliegen, wenn nicht fliegen, endlich könnte. Aber es könnte sein, dass da vorne ja noch die Truhen sind. Und dann bekommen wir noch was Geld. Und wir wollen ja eh nach, wir müssen ja eh über Alrafia. Das heißt, wir können die ganzen Ärzte umtauschen. In Sachen. Könnte nützlich sein. Das ist Merkendolz. So. Da haben wir Geld. Aha. 128. Sehr viel. Ähm. Da haben wir eine Kiste. Die ist leer. Das ist doof. Leere Küsten sind doof. So, dann versuchen wir wieder mal hoch zu gehen. So, hüpf. Aber ich glaube, hier warten nur Reagenzchen auf uns. Ach. Tudoranische Forest. Äh. Geht doch nur da lang. Ah, okay. Hier ist nur so ein läppischer Pilz. Und da hinten sind noch mehr Pilze. Brauche ich ja nicht. Es wäre noch interessant zu wissen, was da oben ist. Ähm. Ich glaube, da ist auch so ein Signalfeuer. Aber ich weiß nicht, was da noch ist. Ach. Das sind Goblins. Ähm. Eine Reagenz hier. Und noch eine. Und. Ja, wir könnten ja warten, bis wir mal wieder eine Aufgabe haben für Goblins. Und lassen wir uns die hier so in the box. Ähm. Ein bisschen da rumeiern. Tun mir ja nichts. So. Unsere Goblins in der Box. So. Ja. Ich kann da oben halt den Kram noch einsammeln. Aber. Weiß nicht. Können ja mal gucken, was das so ist. Ob da irgendwas Nützliches dabei ist. Ja. Geld. Geld ist immer nützlich. Aha. Ein Edelstein. Und das ist jetzt wieder nur Schrott hier. Ich sammle den Kram aber einfach mal ein, damit der nicht mehr rumgammelt und ich da denke, ach, was ist denn da oben und da wieder hochgehe. So. Das gleiche machen wir da. Da sammeln wir den Kram auch noch ein. So. Da ist sogar noch ein Stück Erz. Das können wir ja wieder umtauschen gegen Rüstung. Können wir dann wieder verscherbeln. So. Hier sind Apfelbäume. Cool. Hier können wir uns kostenlos ein bisschen Nahrung holen. So. Ich habe ja gelernt, dass man die essen muss, die Äpfel. Wusste ich ja nicht mehr. So. Da ist noch was. Was hat sich denn hier versteckt? Ah. Ich glaube, genau, das ist dieser Verbackte. Ah. Einer ist so weit weg, dass man den Kast gar nicht holen kann. So. Ah. Dann halt näher dran. So. Das war noch nicht nah genug. Ey. So. Können wir in unserem Schloss noch reingucken. Da können wir die... Ah. Das ist ja schon wieder so eins, was hier zu weit weg ist. Was ich mir gar nicht holen kann. So. Ähm. Können wir mal gucken, ob wir uns... Ja, wir können uns sogar ausbilden lassen. Ist das nicht fein? Ähm. Ähm. Aber hier nicht... Ne. War nur da auf der anderen Seite die Truhe. So. So. Ihr freut euch, mich zu sehen. Oder warum wackelt ihr wieder so rum? So. Okay. Also das heißt, glaube ich, die Reagenzien setzen sich da alle zwei Monate zurück oder so. 10 Uhr am Morgen haben wir. Genau. Hier war der Typ, der diese Lampe haben wollte. Wir können ja mal gucken. Ihr wollt ausgebildet werden. Ab und ausbilden. Auf Stufe 12. Ähm. Ihr wollt ausgebildet werden. So ist es richtig. Ja. Wir brauchen noch viel zu viel Erfahrung für die nächste Stufe. Das heißt, das machen wir jetzt mal eben. So ist es richtig. So. Ich bin mal kurz weg. Ich bin wieder da. Dann schauen wir doch mal, was wir hier machen. Ah ja, stimmt. Er hatte ja Kondition. Das wollte ich ja ausbilden. Schaffen wir bestimmt, bis wir das nächste Mal da sind. Ähm. Sechster Sinn. Ich weiß gerade nicht. Bogen. Ähm. Hm. Ja, Meditation machen wir mal bei ihr. Und, ähm. Schild. Und bei ihr machen wir... Stab. So. Bei ihm gehen wir dann wirklich mal auf Konstitution. Und, ähm. Und, ähm. Bei ihm Waffenmeister hat jetzt Schaden. Lernen bringt ihm nichts. Da kann er sich nämlich nicht fortbilden. Das heißt, wir gehen hier mal auf Schild und auf Waffenmeister. So. Interessant wäre zu wissen, ob er... Ne, in Seele hat er keinen Schadenszauber. Und er hat nur magisches Auge. Das heißt, da sollten wir uns dann vielleicht auch noch einen, ähm, Schadenszauber holen. In, ähm... Was ist magisches Auge? Luft, ne? Äh. Da ist Luft. So. Hoffentlich ist der nicht so teuer. Speichern. Willkommen in der Luft, Gilde. Schild. Blitzstrahl. Schild. Federfall. Funkenflug. Magisches Auge. Funkenflug. Weil es gibt auch noch den anderen Zauber. Oder gibt es nur Funkenflug? Ich weiß es gerade nicht. Ähm. Willkommen in der Luft, Gilde. Sprung. Sprung. Blitzstrahl. Ja, ist sehr teuer. Sprung. Funkenflug. Funkenflug. Federfall. Ähm. Ja, Sprung und, ähm... Dings wären ganz praktisch. Ich nehm Sprung einfach mal mit. Und, ähm... Haben wir Federfall schon? Ja, Federfall haben wir. Dann können wir nämlich zumindest... Wo bist du denn da? Zumindest springen. So. Den kann ich brauchen. Okay, dann hätten wir bei ihm noch, ähm... Seele. Weil ihr wisst ja, ich wollte, dass jeder einen Schadenszauberspruch machen kann. Was kann sie denn eigentlich machen? Hammerhand. Nein. Segen ist auch kein Angriffszauber. Okay, da müssen wir mal gucken. Ähm. Die überhaupt einen können. Zumindest können die beiden jetzt angreifen. Ähm. Geist. Speichern. Willkommen in der Gilde des Geistes. Nervenschock. Das ist doch ein Zauber zum Angreifen. Ähm. Und was haben wir? Furcht verjagen. Ist auch wichtig. Natürlich. Erst müssen wir wohl etwas loswerden. Haha. Alles verstanden. So. Willkommen in der Gilde des Geistes. Ja, und jetzt wieder das ganze Geld weg. Ich weiß. Das wird ganz bestimmt hilfreich sein. Ähm. Was konnte er nochmal für eine... Ein Zauber? Seele. Ähm. Körper. Geist. Feuer. Habe ich Seele überhaupt? Seele. Hier ist. Seele. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Angriffszauber haben. Willkommen in der Gilde der Seele. Segen. Untote verjagen. Schicksal. Segen. Bewahrung. Heldentum. Untote verjagen. Fluch entfernen. Bewahrung. Bewahrung. Hm. Das sieht nicht gut aus. Willkommen in der Gilde des Geistes. Geistes Magie kostet ein Schweinegeld. Ähm. Gut. Wir werden jetzt erstmal den Kram verkaufen. Wir haben jetzt zumindest schon mal drei, die angreifen können. Wobei ich gar nicht weiß, ob Nervenschock überhaupt, ähm, was bringt bei den Schalsviechern. Ähm. Ich wollte jetzt auch nochmal was gucken. Ich hätte aber eher wahrscheinlich ja genau auf Falschen einen hoch machen können. Naja, egal. Ist ja jetzt nur ein Punkt. Ähm. 58 ist ja schon ein bisschen was. So. Guten Tag. Verkaufen. Regeneration. Ach, das habe ich noch gar nicht gelernt. Ach. Ihr kennt Regeneration. Na toll. Ich habe keinen Platz. Kein Platz mehr. Dann haben wir das uns ja umsonst gekauft. Ich sehe auch gerade, wir kriegen kaum Geld für den Kram, den wir hier gerade verkaufen. Ach. Ich bin in Geldnot. So. Erst müssen wir wohl etwas loswerden. Guten Tag. Öffne Inventar. Verkaufe. Danke. Bis dann. Jetzt können wir auch verkaufen. Ich kann nicht sagen, was das ist. Was ist das denn? Ja. Also ihr seht, die Maus spinnt rum, obwohl ich neue Batterien drin habe. So. Ähm. Generation kann ich auch wieder verkaufen. Erst müssen wir wohl etwas loswerden. Oder warten, bis der eine das lernen kann. Könnte nützlich sein. Äh. Metallschütter Lebenskraft. Sechs und vier. Hm. Trefferpunkte plus sieben. Ja. Machen wir das mal. Und dann noch den Dolch und hier den... Erst müssen wir wohl etwas loswerden. Schicken Speer. Na toll. Da passt nichts mehr rein. Ja. Ist mir klar. So. Das Erz mal zu dem anderen. Typen schieben. Und das darüber. Der hat auch Erz. Und da ist noch was zum Verkaufen. So. Ja. Wir sind... Leiden unter permanenter Geldnot. Verkaufen. Verkaufen. So. Die beiden Dinge auch noch verkaufen. Und das Ding auch noch verkaufen. Immerhin 2900 haben wir jetzt wieder. So. Verkaufen. Da ist auch noch ein Erz versteckt. Und jetzt können wir den Kram hier verkaufen. Kann ich euch helfen. Ähm. Amulett. Pass. Tagebuch. Ja. Die Dinger brauche ich auch nicht wirklich. So. 5000. Das ist doch immerhin etwas. Ähm. Kann ich euch helfen. Kann ich euch helfen. Die Sachen will ich auch verkaufen. Kann man davon gar nicht benutzen. Das ist viel zu viel. Was wir davon haben. Ähm. So. So. Und dann stampfen wir den Kram wieder hier. Schön linksbündig. Meine Maus spinnt immer noch rum. So. Wir breiten uns halt schon auf die Wüste vor. So. Jetzt haben wir da ein bisschen Platz. Jetzt kommt. Auch zu ihm. Den Kram verkaufe ich gleich einfach. So. Obwohl man ja hier von nie genug haben kann. Wenn wir mal gucken. Katalysator bringt Kraft 15. Zahnkampfkraft 11. Ja. Ein bisschen stärker macht er den. Aber. Naja. Hat jemand Durst? Ein ganz kleines bisschen. So. Was haben wir hier? Ah. Hier haben wir noch was zum Verkaufen. Das ist schön. Und die sind halt wirklich total schwach. Kraft 1. Die machen gar nichts. So. Man hat halt entweder starke Zutaten oder starke Katalysatoren dabei. Das ist dieser Brief an den Typen in Tartaglia. Ja. Das ist auch eine einfache Aufgabe. Wir müssen auch die Piraten. Und da ist auch der Drache, den wir töten sollen. Und all das Krims-Krams-Gemäßige. So. Sortiert. Da kaufen wir uns noch ein paar. Kann ich euch helfen. Hm. Oder auch nicht. So. Dann noch die zwei Waffen. Und da haben sie wieder 6.000. Das ist doch praktisch. Sogar mehr als 6.000 haben wir. Es heißt, es reicht, um Lernen komplett hochzumachen. Leder-Experte. Was bist du? Stab-Experte. Ja, das können wir noch nicht werden. Aber immerhin wäre das hier vor Ort. Ähm. Können wir sowieso nicht machen. Das sind die Sachen für Menschen. Ah ja, genau. Wir wollten dann noch in dem Alchemie-Labor uns ein paar Tränke holen. Willkommen. Tretet ein. So. Hey. Ja, ich weiß halt nicht. Ähm. Wir können ja schon ein bisschen komplexere Sachen machen. Könnten wir halt ein bisschen was von verkaufen. Ähm. So. Wie viel können wir denn in Alchemie schon? Ähm. Experte. Ähm. Gemischte Tränke können wir jetzt herstellen. Hat jemand Durst? Hey. Das heißt, das müssten wir mischen können. Aufladen. Hey. 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 Wie viel sind die wert? 150. Ist schon mal etwas. Ähm. Hey. 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 So. Hey. Ich weiß, jetzt brauche ich doch die guten Zutaten auf, aber wir brauchen ein bisschen Geld. Wir müssen ja noch die Reise bezahlen und das kostet ja auch was. Hey. So, was haben wir hier? Wasser atmen. Oh ja, das ist cool. Hey. Hat jemand Durst? Verhindert Schaden durch Ertrinken. Müsst man natürlich dann zwölf Mal brauen, aber so käme man dann auch über Wasser rüber. Selbst wenn man das noch nicht anders kann. Hat jemand Durst? Hat jemand Durst? Heldentum. Mhm. So. Bewahrung. Hat jemand Durst? Hey. 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 Schild. So, dann können wir hier das wieder machen mit dem Verstärken der Tränke. Hey. Hat jemand Durst? Hat jemand Durst? Hat jemand Durst? Hey. Ja, zum Durstblöchen sollten die Tränke eigentlich nicht genommen werden. Hat jemand Durst? So. Dann haben wir sie jetzt und verkaufen die Flaschen. Mal gucken, wie viel wir hier bekommen. 67. Wird auf jeden Fall unsere Reisekosten decken. Kann ich euch helfen? 72. So. Das wird unsere Reisekosten auf jeden Fall decken. Und dann geht's jetzt in den Toleranischen Forest. War das so? Oder... Ne, nach Arafia müssen wir. Weil aus dem anderen kommt man echt in die Bracada-Wüste. Ähm. Arafia ist heute jedenfalls nicht... Wann ist das denn? Montag, Mittwochs und Freitags. Also morgen. Das heißt, wir können jetzt hier einfach eine Runde knacken. Oder zum Spaß nochmal Arafia spielen. Genießt euren Aufenthalt. So. Ähm. Hallo? Ihr wollt reisen? Zwei Tage bis nach Arafia. Es geht sofort los. So. Stimmt, die Greif machen wir hier ja eigentlich auch ganz gut erledigt bekommen. Ähm. Ich würde jetzt einfach mal den ganzen Schabbadabadab eintauschen. Und jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020